Giovannis Trading Chancen am Dienstag, 28. Mai. Nach dem Feiertag greifen heute die Amerikaner wieder ins Handelsgeschehen ein. Natürlich habe ich einen DAX-Ausblick für euch, ein bisschen was zu devisen und natürlich die ein oder andere Aktie auf der Watch. Seid gespannt und schaut euch das vollständige Video an. Das erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.